Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ende 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Fröger, mochtest du mich? Fröger! Je t'ai trop fait souffrir? Das ist nicht! Ich hab' dich nicht zu viel leiden lassen! Bravo! Pardon! J'ai dit pardon! Hab's gehört! Hast du schon geblutet? Un peu. Ist es nicht die Zeit, meine Beruhigungsmittel zu nehmen? Nein! Wie geht es deinen Augen? Schlecht! Aber du siehst! Sehr! Und deine Beine? Wie geht es deinen Beinen? Auch schlecht! Aber du kannst laufen! Ja, ich kann laufen! Also lauf! Buche! Lauf! Buche! Lauf! Lauf! Reviens! Wo esst du? Hier! Reviens! Wo esst du? Hier! Hier! Warum tötest du mich nicht? Ich weiß nicht, wie der Speiseschrank aufgeht! Ich hab' dich prima mit meinem Vater verschaut! Und mein Gott, war ich froh, als der dann endlich tot war! In den Daumen ohne Möbel trübes Licht! Klauch steht! Er geht! Mit Streifen und Beinen geschitten! Betrachtet! Wendet sich, stehen! Wenn der Hinterklage steht! Stellen, sich, stellen! Wenn der Hinterklage steht! Wenn der Hinterklage steht! Entrachtet! Betrachtet! Rechtes Fenster! Rechtes Fenster! Steigt! Schie! Kurzes Lachen! Geht 6 Schritte! Drei Schritte! Kurzes Lachen! Versification! Es sind los! Nö, 51, klott den Necken zu, kurzes Lachen, ah! Musik 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 ARD Text im Auftrag des WDR Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Tod. Das Ende. Was nun? Ei. Einerlei. Nell ist gestorben. Ist sie das? Die Dame. Mit Herz. Revolutionär. Hellsächlich. Weist. Seele. Beziehung. Lebensbahn. Weist. Fäden. Fäden. Fäden der Konvention. Fallen. Im. Im Ströp. Sackgasse. Hellenstation. Beziehung. Oblich stinkt. Was für ein Drama. Offenbarung. Und Leid. Sie. Sie. Authentisch. Ideal. Auf. Richtig. Kalt. Spielt sie? Sie. Sie spielt. Sie spielt. Vorspielt. In ihrer Zeit. Nichts. Nichts. Ist komischer. Als das Unglück. Zugegeben. Mir leid. Aus. Los. Lassen. Pennywarte. Augenblick. Neuralität. Freiheit. Fadenscheiniger Trink. Verwirrend. Beirrend. Zwiespältiges. Zwiespältiges. Stück. Wahrheits. Kinder. Tanz. Gut. Beirrend. Transformation. Warnung. Erneuerung. Regeneration. Heinen. Heinen. Wir alle. Haben immer wieder. Schlüssel dazu. In der Hand. Da wollen wir noch mal sehen. igüeroes. Ze Aaron. In der Hand. Amen. 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 Was ist denn? Sinnfindig ein Begriff, etwas zu bedeuten. Bedeuten. Was zu bedeuten ist? Ich freue mich, wenn ein empfindungsbegabtes Wesen auf die Erde zurückkehren und uns länger genug beobachten. Will ihr es bestellen? Gedanke mir über uns machen. Ah! Jetzt verstehe ich, was es ist. Jetzt begreife ich, was Sie machen. Aha. Und außerdem müssen wir nicht selbst machen wir uns nicht manchmal. Wenn man bedenkt, dass alles vielleicht nicht umsonst gewesen ist. In meinem Hause Eines Tages wirst du blind sein, wie ich. Du wirst irgendwo sitzen, ganz finzig, verloren im Leeren, für immer im Finstern, wie ich. Du wirst die Wand ein wenig betrachten und dann wirst du dir sagen, ich schließe die Augen und schlafe vielleicht ein wenig. Danach geht's besser. Danach geht's besser. Und du wirst sie schließen. Und wenn du sie wieder öffnest, wird keine Wand mehr da sein. Die Unendlichkeit der Leere wird dich umgeben. Alle auferstandenen Toten aller Zeiten würden sie nicht ausfüllen. Du wirst darin, wie ein kleiner Kiesel, mitten in der Wüste sein. Nein, nein, nein! Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018